Fahrzeug wird bereitgestellt. Persönliche Parameter werden geladen. Stimmprobe bitte. Lisa Bauer. Willkommen Lisa Bauer bei Car Security. Wir machen das Unmögliche möglich. Na dann kann's ja losgehen. Bitte starten Sie den Motor und genießen Sie die Fahrt mit Car Security. Bitte starten Sie den Motor und genießen Sie die Fahrt mit Car Security. Augenskin, Stimmprobe. Oh Gott. Bitte starten Sie den Motor und genießen Sie die Fahrt mit Car... Guten Tag Lisa Bauer. Vielen Dank, dass Sie sich für Car Security entschieden haben. Ich bin Ihr persönliche Sicherheitsservice Ansprechpartner Hologramm. Hallo. Wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Äh, ich möchte einfach nur gerne schnell losfahren. Momentan haben wir verschiedene Rabattangebote. Entschuldigung, ich muss einfach nur gerne schnell losfahren. Prima, haben Sie sich schon mit unseren Sicherheitsinstruktionen vertraut gemacht? Ja, ich mein... Vor dem Starten des Motors sind die Neonfluter zu überprüfen, bevor Sie diese dann... Ja, das weiß ich schon alles. Der Turncontroller befindet sich links am Lenkbord. Ebenfalls zu überprüfen ist der Safety Belt. Dieses Fahrzeug ist ein Nichtraucherauto. Das Rauch ist während des gesamten Aufenthaltsfahrzeugen nicht gestartet. Bei Zurwiderhandlung wird eine Schadensersatzwertminderungsaufstellungsausführung in Rechnung gestellt. Ich schwöre ab, du hast mich zu Tode erschreckt. Oh, habe ich das? Du bist sowas von doof. Aber was kann man von einem Hologramm schon anderes erwarten? Ja, lästige Cyberscheiße. Ach, du bist eine Klette, weißt du das? Okay. Okay, was muss ich machen, um das Auto sicher zu starten? Lisa Bauer, Sie haben vergessen Ihren Code einzugeben. Welchen Code? Ihren personalisierten Code. Ach, den Code. Ja, und wie heißt der? Lisa Bauer. Ihr personalisierter Code-Reminder wird Ihnen postalisch übermittelt. So ne Scheiße. Verdammte kanalrattenförmige Scheiße. Das gibt's doch überhaupt nicht. Ich beschwer mich über dieses scheiß Hologramm und die Firma. Ich krieg euch dran mit ihr Arschgeigen, ja? Mit Sicherheit! Fuck you! Fuck you ist Ihr Passwort. Car Security wünscht Ihnen eine sichere Fahrt. Ja... Ich glaube, ich spinne. Lisa Bauer, wir freuen uns, Sie schon ganz bald wieder bei Car Security begrüßen zu dürfen. Mit Sicherheit nicht. Lassen Sie sich von unseren fantastischen Angeboten überraschen. Nehmen Sie sich die neuesten Hover Cars, Hover Bikes, Hover Oldtimer oder auch Hover Retro Cars. Für einen fantastischen Ausflug am Wochenende. Sie möchten etwas mit den kleinen Unternehmen? Schauen Sie doch einmal in unsere Campingabteilung. Hover Wohnmobile sind der letzte, neueste Schrei, auch für Sie. Untertitelung des ZDF, 2020